Na, danke für die krasse Bewertung bei meinem letzten Video. Das Like-Aufruf-Verhältnis lag wieder über 10%, heißt im nächsten Video wird wieder ein 50-Euro-Gutschein versteckt. Vielen, vielen Dank, ich weiß diesen Support wirklich zu schätzen. Sehr sogar. Heute sprechen wir über Eugenia Cooney. Eigentlich wollte ich schon lange ein Video zu dem Thema machen, aber der Parabelritter war mir zuvor gekommen und ehrlicherweise hatte ich dann einfach keine Lust mehr. Ich bin in meiner Notiz-WhatsApp-Gruppe wieder auf den Namen gestoßen. Bitte sagt mir an der Stelle, dass ich nicht die einzige Bräspierne bin, die so eine Gruppe mit sich selbst hat. Jedenfalls bin ich zum Entschluss gekommen, Ist doch wieder kompletter Quatsch hier. Jupp, halt niemanden, dass er auch was dazu gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall einige andere Infos als er und ein Mediziner mit an Bord, der mir ein Gastpart aufgenommen hat. Eugenia Sullivan Cooney, bevor sie unbenannt wurde Colleen Cooney, geboren in Boston, also das versuche ich nicht mal auszusprechen. Sie ist eine riesige amerikanische Influencerin, die bereits 2011 mit ihren Internetaktivitäten begann, zunächst auf dem, verzeiht es mir, digitalen Pissbecken, you now. Diese Schmand- und Schmodder-Plattform. Wenig später erstellte sie dann ihren YouTube-Kanal. Anfangs machte sie noch für die Zeit völlig normale Make-up-Videos und so ziemlich alles, was damals halt content-technisch gang und gäbe war. Aber im Goff-Stil. Was euch vielleicht aufgefallen ist, sie wirkt extrem dünn, besorgniserregend dünn. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt ihres Kanals geworden. Normalerweise würde ich es mir nicht rausnehmen, über den Körper eines anderen so in einem Video zu reden, aber bei dem Thema ist Aufklärung wirklich wichtig. Eugenia Cooney leidet an Anorexia nervosa, auch bekannt als Essstörung. Über die Jahre konnte man bei ihr beobachten, wie der Gesundheitszustand sich schleichend immer und immer weiter verschlimmerte, bis es wirklich ein unfassbar extremes Ausmaß angenommen hat. Zunehmend wurde sie zu einer umstrittenen Person, die gezielt für Diskussionsstoff, Kontroversen und Skandale gesorgt hat. Was alles hinter diesem Kanal steht, das, was rundherum passiert, ist ein absolutes Rabbit Hole und da werden wir jetzt eintauchen. Es geht darum, wie nicht nur Fans sie live vor laufender Kamera in den schleichenden Tod treiben, sondern auch ihre unfassbar toxische, kontrollierende Mutter, wie gemutmaßt wird, aus reiner Profitgier. Mutter des Jahres auf jeden Fall. Ich bekomme gerade eine Breaking News rein. Im Internet wurden erhöhte Aktivitäten garstiger Datenbroker festgestellt, die es auf eure digitale Privatsphäre abgesehen haben, um damit Money, here we go, zu verdienen. Gerüchten zufolge verschaffen sich Broker unter anderem Zugriff auf eure Daten durch Social Media Datenlecks. Verschwörungstheoretiker mutmaßen bereits, dass ein Anwalt namens Christian S. hinter den Lecks stecken könnte, um sich ein Jura-Imperium aufzubauen. Zuschauer an dieser News-Sendung wird dringend angeraten, den Service von Incogni in Anspruch zu nehmen, damit Shady Unternehmen und andere tun nicht gute die Finger von euren Daten wie Standort, Zugangsdaten, Passwörter und sonstigen lassen, damit diese nicht an Dritte weiterverkauft werden und in Hände von Leuten fallen, die euch schaden wollen. Eine Schätzung und Statistik der AAG zeigt, dass alleine 2023 eine Milliarde Menschen betroffen waren, was jeden fünften Internet-User ausmacht. Da viele Zuschauer hier auf Social Media unterwegs sind, steigt die Chance signifikant, weil gerade Plattformen wie Instagram oder Twitter regelmäßig Probleme haben. Eure Daten können Schufa-mäßig an alle möglichen Leute weitergegeben werden, was euch bei Miet- oder Handyverträgen oder sonstigen halt in den Weg kommen kann und vom Doxing ganz zu schweigen. Der Held in glänzender Rüstung namens Incogni stellt sich dem in den Weg und haut Tunichtguten die DSGVO-Keule um die Ohren und zwingt die Broker und Unternehmen somit, eure Daten wieder zu löschen, während ihr das alles live im Dashboard verfolgen könnt. Es ist ein Code, aufgetaucht, mit dem ihr 60% Rabatt ergattern könnt und damit zurück zum Hauptprogramm. Wie vorhin angeteased, cosplayt Kunis Mutter nicht nur Shrek, sie ist auch eine wahrlich schreckliche Person. Jetzt mal Humor beiseite, falls man das überhaupt so bei mir nennen kann. Es gibt mehr als genügend rote Flaggen und Anzeichen dafür, dass Eugenias Mutter eine bestärkende, wenn nicht sogar treibende Kraft hinter ihrer Essstörung ist. Die Verfassung ihres Körpers wird auf ihrem Kanal ja ganz bewusst in Szene gesetzt und teilweise sogar idealisiert. Ratet mal, wer nicht nur einen großen Teil organisiert und plant, sondern auch alles abfilmt. Richtig, die Mutter. Jetzt wird es richtig makaber. Es wurde eine Hochzeit inszeniert, aber nicht mit irgendeinem Mann oder so. Naja, seht selbst. Dieses Video löst in mir einige Gefühle aus. In erster Linie bin ich fassungslos und schockiert. Wie kann man sich als Mutter dahin stellen und so einen Content bestärken und sogar produzieren? Das ist aber auch noch lange nicht alles. In diesem Video backt Eugenia mit der Mutter einen Kuchen. Sie, die Mutter, kam auf die Idee. Die wollte dieses Video machen. Was eigentlich das Normalste der Welt sein sollte, wird bizarr und provokativ in Szene gesetzt. Unter anderem sieht man, wie sie zum Beispiel Schwierigkeiten hat, den Teig umzurühren. Sie hat nicht genügend Kraft dafür. Oh wow, it's actually so thick. It's like kinda hard to blend it. Was ebenfalls aufgefallen ist, Eugenia weiß überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. Sie wusste nicht, wie man ein Ei aufschlägt. Ein Ei! Sie hat das noch nie gemacht. Dazu gleich mehr. Am Ende des Videos sehen wir eine Szene, die bei mir einfach Gänsehaut auslöst. Eugenia wollte ihre Mutter umarmen. Statt einer Umarmung bekam sie eine Abfuhr und durfte sich bei ihrer Mutter entschuldigen dafür, dass sie sie umarmen wollte und sie aus Versehen berührt hat. Die Mutter hat sich verhalten, als hätte Eugenia irgendwas richtig Schlimmes gemacht. Danke für meine Mutter, Mom. Sorry, dass du mit einem Erkrankung hast. Oh, du kannst das nicht. Ja, das ist richtig. Dass das ziemlich komisch rüberkommt, scheint der Mutter auch selbst aufgefallen zu sein, weswegen sie dann doch so halbherzig den Arm auf ihre Schulter gelegt hat, aber mit einem richtig komischen Blick. Gerade haben wir davon gesprochen, dass Eugenia nicht wusste, wie man ein Ei aufschlägt. Das liegt daran, dass Eugenia in ihrem Leben noch nie gekocht hat. Sie darf das nicht. Abzeichnen tut sich das in diesem Video wirklich sehr deutlich. Sie fragt an einer Stelle, ob der Backofen denn der Backofen ist. Alright, and I'm guessing that this is the oven. That's your oven. An anderer Stelle hat sie gefragt, wie der denn überhaupt ausgehen würde. So, the off button is clear slash off, right? Yep, the off button. Sie ist 30. Das Video besteht quasi aus solchen Situationen und man merkt Eugenia die Unsicherheit komplett an. Da sie bei ihr wohnt und noch nie im Leben gekocht hat, scheint die Mutter ja für das Essen zuständig zu sein. Erneut, warum interveniert die Mutter nicht, wenn es der Tochter so geht? Warum? Stattdessen drängt sie sich in den Videos permanent in den Mittelpunkt und nimmt aktiv am Geschehen teil und augenscheinlich genießt sie dieses Rampenlicht sehr. Mir schwant da Übles. Dass die Mutter sich nicht sorgt und Eugenia überhaupt nicht bestärkt, in Therapie zu gehen, alleine ist schon eine rotere Flagge als die von China. Tja, leider ist es sogar exakt andersherum. Ihre Mutter erpresst Eugenia. Sie sagt ihr, dass sie sterben würde, wenn sie in Therapie geht. Sie hat ja so ein krankes und schwaches Herz und deswegen müsste sie da bleiben. Von wegen, du möchtest doch nicht, dass deine arme Mutter deswegen stirbt, oder? Eine nahe Bekannte sagte dazu das hier. Und sie lebt in konstantem Paranoia, um ihre Mutter zu töten. Das ist so ziemlich eine der bösartigsten Formen von Manipulation bzw. Gaslighting, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Du willst ja nicht, dass ich sterbe, deswegen, ja, stirb du mal lieber. Oh, das ist so ein harter Brocken. Vorhin habe ich schon angesprochen, dass Eugenias Mutter maximale Kontrolle über sie ausübt. Wie weit das eigentlich geht, könnt ihr euch nicht vorstellen. Folgende Szene spielte sich in einem TikTok-Livestream ab. Zu diesem Zeitpunkt war ein Mond-Event, ich glaube, ein Supermond? Könnte aber auch ein Blutmond gewesen sein. Nicht der von Terraria, Freunde, ich weiß an was ihr denkt. Jedenfalls schrieben viele in den Chat, dass sie sich den Mond doch mal anschauen solle. Von ihrem Zimmer aus war das allerdings kaum möglich. Wir sehen eine Eugenia, die schleicht. Sie versucht, sich heimlich rauszuschleichen und wird erwischt. Hey Mom! Hörst du über den Mond? Ist das das? Jeder sagt mir, ich muss ihn sehen. Oh, okay. Ihre Mutter hat es ihr verboten, vor die Tür zu gehen und den Mond anzuschauen. Sie durfte das nicht. Mit 30. Weitergehend wurde die Haustür später laut mehreren Quellen sogar Alarm gesichert und mit Kameras versehen, damit sich ihre Tochter nicht rausschleichen kann. Alarm gesichert ist bestätigt, Kameras ist so ein bisschen Objection, hier say. Man hat es angeblich in Videos gesehen, ich konnte das allerdings nicht finden. Falls ihr euch jetzt denkt, ja gut, das wurde bestimmt gemacht, damit niemand einbricht, warum sind die Kameras dann im Haus? Und vor allem, warum ist Eugenias Zimmertür Alarm gesichert? Es gibt jedes Mal ein lautes Feuermelder ähnliches Piepen, wenn sie ihre Zimmertür öffnet, damit die Mutter sofort Bescheid weiß. Das ist fucking gruselig. Die Haustür hat übrigens mehrere Schlösser. Dreimal dürft ihr raten, wer diese Schlüssel wahrscheinlich nicht in die Hände bekommen wird. Die Mutter hat übrigens den Nerv, sich in eine Dokumentation zu setzen und davon zu sprechen, dass ihre Tochter ja ist und völlig gesund wäre. Halt doch einfach deine dämliche Fresse, wirklich. Ich darf bei einer Mutter jetzt nicht auf Mutter gehen. Generell sagt sie ja ständig, dass es Eugenia ja so gut gehen würde und dass sie so gesund ist. Wie kann man denn so an der Realität vorbeileben? Wahrscheinlich sogar absichtlich. Über ihren Vater ist relativ wenig bekannt. Die Mutmaßungen reichen von hoher Politiker, mächtiger Bankier oder sonst was. Etwas Handfestes und Genaues weiß allerdings niemand. Diese Debatte kam auf, weil er angeblich irgendwelche juristischen Prozesse unterbunden haben soll, wo man ziemlich viel Macht bräuchte, um das zu tun. Wo wir bei juristischen Prozessen sind. Eugenia Cooney hat Freunde beziehungsweise hatte Freunde. Freunde, die sich ernsthaft um sie sorgten und endlich etwas unternehmen wollten, um ihr zu helfen. So kam es zu einem 5150 Call. Ein 5150 Call ist in Kalifornien ein Law Code und steht für Zwangseinweisung. Zwangseinweisung. Dieser beruft sich auf Artikel 1 Sektion 5150 des Kalifornischen Welfare und Institution Code, eingeführt im Jahre 1967. In diesem Abschnitt des Gesetzbuches ist festgehalten, dass eine psychisch kranke Person für 72 Stunden gegen ihren Willen eingewiesen werden kann, allerdings unter strengsten Voraussetzungen. Man muss zum Beispiel wirklich eine enorm aktive Gefahr für das eigene oder andere Leben darstellen. Innerhalb dieser 72 Stunden wird der genaue Zustand in einer Psychiatrie festgestellt. Daran beteiligt sein können Peace Officer, Ärzte, Psychologen und halt alles andere, was in diese medizinische Richtung geht. Eugenias Freunde haben sie unter einem falschen Vorwand zu sich gelockt, vorgeblich, weil sie mit ihr in einen Escape Room wollten. Aber anstatt in diesen Escape Room haben sie quasi eine Intervention durchgeführt, mit ihr gesprochen und sie zu einer Therapie bewegen wollen. Man ist sich im Internet eigentlich relativ einig, dass das zwar keine schöne, aber eine dringend notwendige Maßnahme ihrer Freunde war. Sie haben ja mitbekommen, was die Mutter mutmaßlich mit ihr abzieht und wie sehr sie halt von ihr in ihrer Anorexie bestärkt wird. Die wird komplett da rein manipuliert, dass das ja alles richtig und gut wäre und es Gesundheit... Gesundheitlich gibt es ja überhaupt keine Bedenken. Das merkt man auch daran, dass Eugenia nicht ein einziges Mal vor der Therapie anerkannt hat, dass sie psychische Probleme hat oder geschweige denn gesundheitliche. Wie soll man auch, wenn einem die ganze Zeit eingetrichtert wird, dass das absolut normal ist von der Person, die einem am nächsten steht. Nach diesem Call und der 72-Stunden-Einweisung ist das vorher wirklich Undenkbare passiert. Sie begab sich endlich in eine Therapie und es folgte eine Besserung. Nach all diesen Jahren ging es endlich bergauf. Wenn man ihr Gesicht vor und nach der Therapie vergleicht, sieht man einen meilenweiten Unterschied. Sie ist nicht mehr eingefallen und sieht allgemein tausendmal gesünder aus. Sie wirkt sogar extrem glücklich und zufrieden. Aber naja, was soll ich sagen? Ein Happy End hatte das Ganze leider nicht. Sie kam zurück zu ihrer Mutter und es passierte, was passieren musste. Alles war umsonst und sogar schlimmer als vorher. Auf den Versuch, der Freunde Eugenias Leben zu retten, reagierte die Mutter übrigens überhaupt nicht gut. Es war vorher allen klar, dass das wirklich das letzte Mal sein würde, dass sie etwas mit ihr zu tun haben und die Freundschaft, diesen Versuch, ihr Leben zu retten, nicht überstehen würde. Eugenia sprach anfangs sehr positiv von der Therapie. Woran könnte es liegen, dass sie einen radikalen Meinungswechsel hatte und die Freunde plötzlich antagonisiert werden? Ja, da muss man glatt zweimal überlegen. Als direkte Reaktion auf den 51-50-Call ist die Mutter natürlich wirklich gänzlich ausgeflippt. Sie hat ihre Freundin aber sowas von zusammengeschrien laut ihrer Aussage. Das war aber auch nicht alles. Sie drohte sogar mit der Polizei und einer Anzeige. Laut der Mutter war das nämlich eine schlimme Straftat und zwar Kidnapping. Kidnapping! Dieser Call ist im Gesetz verankert. Wenn die Beamten keinen wirklich sehr triftigen Grund hätten feststellen können, wäre sie nicht mitgenommen worden. Das wird nur in Ausnahmefällen gemacht. Die Regularien sind streng. Einige Zeit später trat der gelinde gesagt mehr als umstrittene YouTuber Shane Dawson in Eugenias Leben und sagen wir Eugenias Mutter und er verstehen sich blendend. Die haben zusammen eine Doku produziert, in der die Freunde von Eugenia nochmal die, die ihr das Leben retten wollten, komplett diskreditiert werden. Später dazu mehr. Jacqueline Glenn, so nennt sich ihre Freundin auf YouTube, hat ein Statement dazu abgegeben. Um genau zu sein, sogar zwei. Eine sehr lange und eine kompakte Version. Beide sind für euch verlinkt. Wir schauen uns jetzt ein paar wichtige Stellen aus diesem Statement an, das in wirklich allergrößten Teilen breiten Zuspruch gekommen hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, eine kleine YouTuberin steht einem Millionen YouTuber im zweistelligen Bereich gegenüber, muss ein Statement wegen Anschuldigung abgeben und bekommt in größten Teilen breiten Zuspruch. Man hätte eigentlich damit rechnen können, dass sie komplett von den Fans überrollt wird. Dem war nicht so. An direkten Worten hat es in diesem Statement wirklich nicht gemangelt. Die Mutter wurde als gefährliche Person bezeichnet, die alle Hilfe versucht zu unterbinden. Ebenso wurde im Statement nochmal angesprochen, dass man glaube, Shane Dawson und die Mutter haben ganz bewusst zusammen diese Doku produziert, um den Ruf der Mutter wieder zu bereinigen, damit alles halt so weitergehen kann, wie es halt gerade läuft. Die wollten das als völlig normale Situation hinstellen, mit der alle happy sein können. Wie kann eine Mutter damit happy sein, dass ihre Tochter gerade stirbt? Sie ist tödlich krank. Laut Angaben von Jacqueline hätte sie dieses Video auch nicht gemacht, wenn Eugenia in einem sicheren Umfeld gewesen wäre. Dem war aber nicht so. Gegen Ende spricht sie übrigens nochmal richtig an, dass Shane nennen wir es mal ein finanzielles Interesse an Content mit ihr haben könnte. 33 Millionen Aufrufe hat dieses Video gemacht. 33 Millionen. Ich denke, sie ist noch in Gefahr. Und ich denke, das schöne Video, das Shane postet, das sieht positiv, ist in ihrer Entfernung nicht wahr. Und letztendlich, wenn du etwas bekommst, um die Realität zu schützen und ein Bild, das nicht wahr ist, wird sie nur in mehr Gefahr in einer Position mit ihrer Mutter, wo das Publikum jetzt alles sieht. Ich muss sagen, dass ich soweit wirklich dieselben Gedanken wie sie in der Situation habe, nur dass ihr Take dazu signifikant mehr wert ist als meiner, weil sie jahrelang im Umfeld der Familie war und alles live miterlebt hat. Die weiß genau, wie es da abläuft. Falls ihr euch selbst überzeugen wollt, ist die Doku verlinkt. Bevor jetzt jemand anmerkt, schenkt ihm doch keine Klicks. Ich verstehe den Gedanken. Ihr glaubt doch nicht, dass die paar Leute, die rübergehen, diesen 33 Millionen einen Virus schwerem Braten fett machen. An der Stelle wird es Zeit, das Ganze medizinisch von jemand anderem einordnen zu lassen, weil mein Wissen auf dem Gebiet bestenfalls irgendwo zwischen laienhaft und hobbymäßiger Krankheitsgoogler rangiert. Deswegen Bühne frei für Kevin. Ja, und damit auch von der Winkehand ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass ich das hier alles mal aus medizinischer Sicht beleuchten darf. Denn Eugenia Kuni ist definitiv krank. Das dürfte für den einen oder anderen von euch jetzt sicherlich keine Überraschung sein. Besonders deshalb sollten wir uns an dieser Stelle einmal klar machen, in welcher gesundheitlichen Gefahr Eugenia sich hier befindet und dass das alles definitiv kein Spaß mehr ist und wahrscheinlich sogar tödliche Folgen haben wird. Wir reden hier ganz klar von Anorexia nervosa beziehungsweise Anorexie oder auch Magersucht, was sich bei den Betroffenen besonders dadurch zeigt, dass sie sehr abgemagert sind beziehungsweise stark und schnell an Gewicht verlieren. Und was man in dem Fall von Eugenia deutlich an den dünnen Ärmchen am Körperbau allgemein und auch an den markanten Gesichtsknochen erkennen kann. Problematisch ist vor allem, dass die Anorexie oft auch mit einer verzerrten Körperwahrnehmung einhergeht und da besonders auch Einfluss auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen hat. Die Liste an potenziellen gesundheitlichen Folgen ist nahezu endlos, es endet jedoch meistens mit dem Tod. Da sprechen wir beispielsweise auch über das Herz, ein sehr lebenswichtiges Organ logischerweise. Heftigste Auswirkungen auf das gesamte Herz-Kreislauf-System in Form von beispielsweise Arrhythmien, also Herzrhythmusstörungen, sind da keine Seltenheit. Diese ganzen Symptome werden da zusätzlich noch von der Flüssigkeit beziehungsweise auch dann von der Elektrolytverschiebung begünstigt und verstärkt. Aber ich sage dir eingangs, eine Unterversorgung mit Mineralien und Nährstoffen hat gesamtorganische Folgen, demnach auch für andere große Organe, die wir zum Überleben brauchen. Damit gemeint sind Organe wie die Leber, Nieren oder auch das Gehirn, die teilweise oder ganz ihre Arbeit einstellen, was drastische Folgen haben kann. Stichwort neuropsychologische Folgen, besonders natürlich, wenn es das Gehirn betrifft. Abgesehen von unserem Organsystem leidet natürlich auch unsere Körperstatik, das heißt unser Bewegungsapparat, der natürlich auch unterversorgt wird. Betroffen sind da vor allen Dingen Knochen, Gelenke oder auch Muskeln, die sich unter der Unterversorgung drastisch zurückbilden und so unter anderem eine Osteoporose begünstigen. Und nein, Osteoporose betrifft in diesem Fall nicht nur ältere Menschen, sondern auch junge Menschen können davon betroffen sein. Ihr merkt, der ganze Körper, das ganze Organsystem und all das, was den Körper zusammenhält und vital erscheinen lässt, leidet. Und das zeigt uns, dass Eugenia sich hier in akuter Lebensgefahr befindet. Trauriger Fakt, denn laut der BZGA, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ist die Mortalitätsrate bei Menschen mit Magersucht, also mit Anorexia nervosa, um ein Fünffaches erhöht. Als Ursache, dass Eugenia da gelandet ist, wo sie jetzt ist, sehe ich verschiedene Faktoren. Wir haben auf der einen Seite ein ganz klar gestörtes Selbstbild und ein gestörtes Essverhalten, auf der anderen Seite aber auch ganz klar erkenntlich gesellschaftliche Einflüsse durch die Community, die sie eben in ihrer Magersucht leider noch bestärken. Nicht zu vergessen ist an der Stelle natürlich auch der psychische Druck der Mutter, der die Symptomatiken hier ganz klar verstärken kann und in diesem Fall auch wird. Das ganze Setting, in dem sich hier Eugenia Kuni befindet, hat natürlich negativen Einfluss auf alle Symptomatiken und es könnte sich potenziell noch weiter verschlimmern. Abschließend muss man sagen, Eugenia ist in akuter Lebensgefahr und ihr Zustand ist sehr besorgniserregend. Sollte nicht zeitnah eine intensivmedizinische beziehungsweise auch wichtig eine psychologische Behandlung erfolgen, wird Eugenia wahrscheinlich aufgrund der Mangelernährung und der Anorexie versterben. Die Kombination aus der hier schon ausgeprägten Magersucht und der vermutlichen psychischen Belastung verstärkt die Symptomatik, weshalb hier dringender Handlungsbedarf besteht. Und an der Stelle können wir alle einfach nur hoffen, dass sie diese Hilfe schnellstmöglich bekommt. Abschließend noch ein ganz wichtiger Hinweis, solltet ihr betroffen sein oder auch Menschen kennen, die betroffen sind, schämt euch dafür nicht und versucht euch Hilfe zu holen. Unter anderem, möglich bei der BZGA, also bei der Bundeszentrale gesundheitlicher Aufklärung, die stellen euch Hotlines zur Verfügung und stellen Kontakt her. Vielen Dank nochmal für diesen Part hier in so einem wichtigen Video und damit würde ich sagen, von der Winkhand zurück zu dir, lieber Nerzo. Lieben Dank an die Winkhand, schaut gerne bei ihm vorbei. Den Namen hast du jetzt übrigens weg, mein Lieber. Shane Dawson ist nicht der einzige Influencer im zweistelligen Millionenbereich, der gemerkt hat, dass sich mit Eugenia gut Klicks machen lässt. Jeffree Star war mit an Bord, kurz nach der Therapie von Eugenia übrigens. Natürlich war die Mutter erstmal skeptisch. Nach dem, was die Freundesgruppe sich da gewagt hat, sie retten zu wollen, kontrollierte sie halt den gesamten Kontakt. Die beiden wollten sich treffen, aber bevor die Mutter das ihrer 30-jährigen Tochter erlaubt, musste sie natürlich erstmal mehrfach mit ihm telefonieren, damit sie auch sicher gehen kann, dass das Ganze nicht nochmal passiert, dass sie nicht nochmal Hilfe bekommt. Es ist so unglaublich. Die Kooperation zwischen Kuni und Star war allerdings relativ komisch. Wie in diesem Reddit-Post richtig festgehalten, konnte man eigentlich durchweg merken, wie wenig Bock Jeffree auf sie hat. Er war halt einfach die ganze Zeit nur genervt von ihr. Wundern tut es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist halt allgemein bekannt, dass Jeffree ein gnadenloser Opportunist ist und keine Gelegenheit, die sich positiv auf seine Reichweite auswirken könnte, auslässt. Ihr müsst euch mal überlegen, Eugenia ist ein harter Fan von ihm. Jeffree hätte sie bestimmt dazu bewegen können, zumindest mal über eine Therapie nachzudenken. Wurde nicht getan. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Dinge ansprechen, die nicht ausgereicht hätten für ein eigenes Kapitel, aber trotzdem erwähnenswert sind. Unter anderem natürlich die Zuschauerschaft. Das Internet ist eine abscheuliche, toxische Kloake. Natürlich wird Eugenia darin bestärkt, was sie tut. Natürlich wurde sie zu einem Vorbild für die Pro-Anna-Bewegung. Die Pro-Anna oder Pro-Mia-Bewegung, wie der Name schon vermuten lässt, ist eine Gruppierung von Menschen, die Anorexie idealisieren und als etwas Positives darstellen. Diese ganze Bewegung ist eine toxische Teufelsspirale, in der Betroffene bzw. Erkrankte sich gegenseitig bestärken und motivieren, noch mehr abzunehmen. Gesundheitszustand ist ja egal. Das ist ja angeblich was Positives. Viele haben Kuni natürlich als absolutes Vorbild auserkoren. Ich habe euch unten was dazu verlinkt. Das ist allerdings nur eine Art von Menschen, die mit ihr interagieren. Wenn man sich in den Kommentarbereich unter Eugenias Content wagt, kann man allerhand Abscheulichkeiten lesen. Ebenfalls wie bei Pro-Anna Idealisierung und Motivierung, Zuschauer, die sie zu fett nennen, was in Massen passiert und halt einfach nur gemacht wird, um sie zu triggern und anzuheizen. Die Leute wollen sie in ihren Ruin treiben. Für euch mag das vielleicht unverständlich sein. Jeder, der nicht davon betroffen ist, denkt sich natürlich, ey, offensichtlich ist sie nicht fett. Natürlich nicht. Aber Betroffene und vor allem sie selbst mögen da vielleicht ein etwas anderes Bild haben. Die macht das fertig, wenn sie sowas um die Ohren geworfen bekommen. Massiver Trigger. Man darf nicht vergessen, dass viele, die an dieser Krankheit leiden, eine völlig verzerrte Selbstwahrnehmung haben. Eating Disorder kann übrigens beispielsweise durch Mobbing in der Schule ausgelöst werden, wenn man ständig fett genannt wird. Das war bei Eugenia unter anderem der Fall. Aber es gibt auch noch sehr viele andere Gründe. Man findet in den Kommentaren ebenso Leute, die Wetten darauf abschließen, wann sie denn endlich tot ist. Manche fiebern wirklich drauf hin und wünschen ihr das sogar. Ein sehr großer Teil ist allerdings einfach nur besorgt und hat halt Angst um sie. Wenn man die Kommentare auf neueste zuerst stellt, sieht man ständig Kommentare, die fragen, ob sie noch lebt. Macht es lieber nicht, da kommt sehr, sehr viel weirder Shit bei rum. Mit ihrem Bruder scheint übrigens auch etwas, naja, sagen wir im Argen zu sein. Zwar ist er selbst kaum bis gar nicht im Internet, aber wenn man mal was von ihm mitbekommt, ist es meistens nicht sonderlich positiv. Ich habe das Gesicht mal zensiert, weil Eugenia bei einem vier Jahre alten Video darum gebeten hat. Da sieht man übrigens, wie krass nett diese Frau eigentlich ist. Lest euch den Kommentar mal durch. Er hingegen scheint wirklich das exakte Gegenteil von ihr zu sein. Während sie nett und unsicher ist, ist er toxisch hochzählend und angeblich sogar aggressiv. Von einigen anderen Sachen ganz zu schweigen, das geht in eine sehr schwierige Richtung. Der Bruder von ihr zeichnet und das ist eins der Bilder, die er von ihr gemalt hat. In einem YouNow-Stream vor etlichen Jahren ist er in ihr Zimmer gerannt und hat mit Gewalt versucht, das Handy wegzureißen, um den Stream zu beenden. Es kam zu einigen dieser seltsamen Situationen. Eugenia wurde mit ihrem Content als YouTuberin des Jahres nominiert bei den Shorty Awards 2020. Warum das sehr makaber ist, solltet ihr mittlerweile verstanden haben. Finde ich ehrlich gesagt echt schäbig. Ich meine, Eugenia ist hier nicht mal das richtige Problem. Klar, sie vermittelt auch ein sehr schlechtes, giftiges Bild. Das kann man kritisieren. Die, die aber hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass es so schief geht, ist die Mutter. Augenscheinlich ist sie die treibende Kraft hinter allem und suhlt sich im Profit, den ihre Tochter durch die Situation abwirft. Es wird darüber spekuliert, dass der Grund, warum die Mutter die Regeneration ihrer Tochter verhindert, halt finanzieller Natur ist und wegen der Aufmerksamkeit. Ich meine, es ist naheliegend und es gibt mehr als genug Indizien dafür. Beweisen lässt sich sowas allerdings eher spärlich. Jedenfalls sollte das, was auf diesem Kanal passiert, nicht noch durch einen Award honoriert werden. Eugenia geht es mittlerweile so schlecht, dass sie kaum noch Kraft findet, ihre Schuhe anzuheben und sie stattdessen so über den Boden schleift. Das ist so schlimm mit anzusehen. Was aktuell jetzt gerade mit Eugenia ist, wie es ihr geht, scheint niemand zu wissen. Klar machen sich viele Sorgen, berechtigterweise, aber bloße Inaktivität ist jetzt noch kein Indikator, weil häufig für ein paar Monate nichts kam. Damit wären wir dann, glaube ich, soweit durch. Ich habe jetzt alles besprochen, was ich wollte. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass im angepinnten Kommentar Anlaufstellen verlinkt sind, solltet ihr halt davon betroffen sein. Sucht euch bitte Hilfe. In diesem Sinne, das war ein harter Brocken und ich werde euch up to date halten, falls es irgendwas Neues geben sollte. hoffen wir einfach mal, dass das Ganze doch noch irgendwie gut ausgehen wird. Tschüss.